Kultivierung von Gleichmut Wenn ich von Gleichmut spreche, meine ich vor allem die Geisteshaltung, die im Tibetischen als Tangnyom bezeichnet wird. Sie umfasst das Fehlen jeglicher Habgier und die Fähigkeit, Dinge klar und unvoreingenommen zu sehen. Zur Entwicklung von Gleichmut gibt es zwei zentrale Übungen. Die eine lässt sich mit dem Einebnen eines Gartenbeets vergleichen, durch das die von uns gepflanzten Blumen gleichmäßig und schön wachsen können. Durch diese Übung soll die gewohnheitsmäßige Neigung gezügelt werden, unser Verhältnis zu anderen nach Ich-bezogenen Kategorien, wie sie die Einteilung in Freunde, Feinde und Fremde darstellt, zu definieren. Bei der zweiten Übung geht es darum, sozusagen ein Bauchgefühl dafür zu entwickeln, dass wir und andere als Menschen, die nach Glück streben und Leid vermeiden wollen, gleich sind. Die erste Übung basiert wieder auf analytischen Denkprozessen. Zwar ist es normal, wenn wir uns den Menschen, die wir lieben, nahe fühlen und denen gegenüber, die uns Böses wollen, ablehnend und Fremden gegenüber gleichgültig reagieren, Doch wenn wir aus selbstbezogenen Gründen allzu verbissen an diesen Kategorien festhalten, erzeugen wir allzu oft unnötiges Leid und vermeidbare Probleme. Wenn wir also anderen gegenüber größeren Gleichmut entwickeln, hilft uns das in vieler Hinsicht, vor allem aber dabei, ein ethisches Leben zu führen. Beginnen Sie auch diese Praxis mit einer Atemübung, um sich zu entspannen und Ihren Geist zur Ruhe zu bringen. Das weitere Vorgehen ist dann wie folgt. Stellen Sie sich eine kleine Gruppe von Menschen vor, die Sie mögen, einige Ihrer engsten Freunde und Verwandten beispielsweise, und lassen Sie dieses Bild so detailgetreu und wirklichkeitsnah wie möglich entstehen. Stellen Sie dann das Bild einer Gruppe von Menschen daneben, denen Sie keinerlei Gefühle entgegenbringen, etwa Leute, denen Sie bei der Arbeit oder beim Einkaufen begegnen. Stellen Sie sich auch dieses Bild so genau wie möglich vor. Fügen Sie nun noch ein drittes Bild hinzu, diesmal von einer Gruppe von Menschen, die Ihnen unsympathisch sind, mit denen Sie im Streit liegen oder deren Ansichten Ihnen zutiefst widerstreben. Und stellen Sie sich auch dieses Bild möglichst deutlich und in allen Einzelheiten vor. Lassen Sie, nachdem Sie die Bilder dieser drei Gruppen erzeugt haben, Ihre üblichen Gefühle diesen Menschen gegenüber aufsteigen. Achten Sie nacheinander darauf, welche Gedanken und Gefühle Sie den verschiedenen Gruppen gegenüber haben. Sie werden feststellen, dass Sie automatisch dazu tendieren, der ersten Zuneigung, der zweiten Gleichgültigkeit und der dritten Feindseligkeit entgegenzubringen. Wenn Sie das erkannt haben, wenden Sie sich Ihrem eigenen Geist zu und prüfen Sie, welche Wirkung die drei unterschiedlichen Reaktionen jeweils auf Sie haben. Sie werden feststellen, dass Sie Ihre Gefühle der ersten Gruppe gegenüber als angenehm empfinden, dass Sie Selbstvertrauen und Stärke suggerieren, verbunden mit dem Wunsch, Leid von diesen Menschen fernzuhalten. Was Ihre Gefühle der zweiten Gruppe gegenüber betrifft, so werden diese Sie kaum berühren und kein besonderes Interesse in Ihnen wecken. Die Gefühle jedoch, die Sie der dritten Gruppe gegenüber haben, werden Gedanken in Ihnen auslösen, die sich in eine negative Richtung bewegen. Beginnen Sie nun eingehend nachzudenken. Benutzen Sie dabei Ihr kritisches Urteilsvermögen. Die Menschen, die wir heute als Feinde betrachten, sind es morgen vielleicht nicht mehr. Das Gleiche gilt für unsere Freunde. Hinzu kommt, dass uns die Gefühle, die wir unseren Freunden entgegenbringen, dass der Verhaftetheit beispielsweise Probleme bereiten können, während unser Verhältnis zu Feinden positive Auswirkungen haben kann, indem es uns beispielsweise stärker und wachsamer macht. Das Nachdenken über so komplexe Sachverhalte kann dazu führen, dass wir zu überlegen beginnen, wie unsinnig es ist, auf andere, sei es die Menschen in der dritten oder auch die in der ersten Gruppe, mit so extremen Gefühlen zu reagieren. Wenn Sie erkannt haben, dass diese Art, auf andere zu reagieren, Sie daran hindert, Ihnen mit gutem Willen zu begegnen und außerdem Ihren inneren Frieden beeinträchtigt, können Sie als nächstes versuchen, die Intensität Ihrer Gefühle zu verringern. Durch diese Übung entwickeln Sie allmählich die Fähigkeit, anderen nicht entsprechend Ihrer polarisierenden Einordnung in Freunde und Feinde zu begegnen, sondern als Mitmenschen, deren grundsätzliche Gleichheit mit Ihnen Sie anerkennen. Bei der zweiten Form der Übung von Gleichmut können Sie auf viele Aspekte zurückgreifen, von denen im zweiten Kapitel, in dem es um das gemeinsame Menschsein ging, die Rede war. Entscheidend sind hier zwei einfache Wahrheiten. Genau wie ich haben auch alle anderen den intensiven und legitimen Wunsch, glücklich zu sein und kein Leid zu erfahren. Und genau wie ich haben auch alle anderen das Recht, danach zu streben, dass sich dieser uns allen innewohnende Wunsch erfüllt. Wenn wir gründlich über diese Wahrheiten nachgedacht haben, können wir uns fragen, mit welcher Begründung machen wir einen so deutlichen Unterschied zwischen uns und anderen. Wenn wir diese Übung unzählige Male wiederholen, nicht nur in zwei oder drei Sitzungen, sondern über Wochen, Monate oder sogar Jahre hinweg, werden wir nach und nach feststellen, dass wir imstande sind, eine wahre innere Gleichmut zu entwickeln, die auf der tiefen Erkenntnis basiert, dass sich alle Menschen in ihrem Streben nach Glück und ihrem Wunsch, Leid zu vermeiden, gleichen. Ebenfalls hilfreich für die Entwicklung förderlicher mentaler Zustände ist eine analytische Praktik, die das Vorbild eines Menschen, dem wir große Bewunderung entgegenbringen, zu ihrem Objekt macht. Indem wir über die bewunderte Person nachdenken und darüber, wie sie für andere gelebt hat oder lebt und wie sehr ihr Verhalten von Mitgefühl geprägt war oder ist, machen wir uns mit ihrem Beispiel vertraut. Ziel dieses analytischen Geistestrainings ist es unter anderem, ein unmittelbares Verständnis von einer bestimmten Eigenschaft zu gewinnen. In diesem Fall analysieren wir die Motive, die Menschen dazu bringen, ihr Leben in den Dienst anderer zu stellen. Wenn wir sie erkannt und verstanden haben, können wir uns auf sie konzentrieren, um auf diese Weise durch unmittelbare intuitive Einsicht in die mitfühlende Motivation, die das eigentliche Objekt dieser Übung ist, mit ihr zu verschmelzen. Mit anderen Worten, wir schulen uns selbst in der Fähigkeit, im täglichen Leben so zu handeln, wie es die bewunderte Person tun würde, sodass wir beispielsweise, wenn uns das Leid anderer bewusst wird, das Bedürfnis haben, so darauf zu reagieren, wie es diese Person tun würde. Auf diese Weise versuchen wir also, zunächst unsere Einstellung und dann unser Verhalten anderen gegenüber zu verändern. Und genau darum geht es beim Meditieren. Es soll unser Handeln anstoßen und beeinflussen. Wenn es das nicht tut, hat es eigentlich nicht viel Sinn. Der Umgang mit quälenden Einstellungen und Gefühlen Ein Bereich, in dem ein analytisches Geistestraining überaus wirkungsvoll sein kann, ist der Umgang mit destruktiven Gefühlen und Haltungen. Diese Praktik beginnen sie am besten damit, dass sie einen quälenden mentalen Zustand auswählen, der ihre Persönlichkeit beherrscht. Manche neigen eher zu den destruktiven Gefühlen der Wutfamilie, wie Ärger, Erregung, Feindseligkeit und Jähzorn. Andere zu Intoleranz, Eifersucht und Neid auf die Erfolge anderer. Noch andere sind eher für negative Eigenschaften aus der Gefühlsfamilie, der Verhaftung anfällig, wie Verlangen, Gier oder Wolllust. Bei wieder anderen ist das Problem das genaue Gegenteil. Sie sind gleichgültig oder unfähig, Beziehungen zu anderen herzustellen. Wenn Sie sich entschieden haben, welche quälende Emotion oder Haltung Sie angehen möchten, beginnen Sie, wie schon beschrieben, mit einer entspannenden Atemübung. Dann sind Sie bereit für die eigentliche Übung. Denken Sie zunächst über die destruktive Wirkung des mentalen Zustands nach, den Sie gewählt haben. Wenn es Wut ist, überlegen Sie, wie das Gefühl Ihre innere Ruhe augenblicklich zunichte macht, wie es eine negative Stimmung erzeugt und die Atmosphäre um Sie herum vergiftet. Bedenken Sie auch, dass Sie dazu neigen, im Zorn verletzende Dinge zu sagen, selbst Menschen gegenüber, die Ihnen am Herzen liegen, und dass die Wut Ihre Interaktion mit anderen im Allgemeinen negativ beeinflusst. Das Nachdenken über die destruktive Natur dieses Geisteszustandes muss so tief gehen, dass Sie ihm gegenüber mit der Zeit eine Grundhaltung der Vorsicht und der Wachsamkeit entwickeln. Sobald Sie von der destruktiven Natur Ihrer quälenden Gefühle überzeugt sind, können Sie mit der nächsten Stufe der Meditation beginnen. Hier geht es darum, ein tieferes Bewusstsein von dem Geisteszustand selbst und vor allem dafür zu entwickeln, wie er beginnt. Indem Sie sich vertraut damit machen, wie es sich körperlich, subjektiv und psychisch für Sie anfühlt, wenn solche Gefühle aufkommen, können Sie lernen, diese zu erkennen, bevor Sie Unheil anrichten. Je genauer Sie die typischen Begleiterscheinungen bestimmter Gefühle erkennen können, umso eher sind Sie in der Lage, achtsame Aufmerksamkeit in den Prozess einzubringen und die Kausalkette frühzeitig zu unterbrechen. Die dritte Stufe dieser mentalen Übung zum besseren Umgang mit quälenden Geisteszuständen besteht in der Anwendung der passenden Gegenmittel, etwa von Geduld als Mittel gegen Wut, von Lieben der Güte als Mittel gegen Hass, von Nachdenken über die Unvollkommenheit eines Objekts als Mittel gegen die Gier oder das Verlangen nach diesem Objekt und so weiter. Das kann eine äußerst wirkungsvolle Maßnahme sein, um quälende mentale Zustände abklingen zu lassen. Auf allen drei Stufen dieser Meditationspraktik ist es, wie gesagt, wichtig, dass auf diskursive, analytische Prozesse als Abschluss immer wieder die Konzentration auf einen Punkt folgt, damit der Geist zur Ruhe kommt. Durch diesen Wechsel zwischen den meditativen Methoden kann die Wirkung der Übung tief in den Geist einsickern, sodass sie sich auch im täglichen Leben zu zeigen beginnt. Hindernisse, die einer guten mentalen Weiterentwicklungspraktik im Wege stehen. Unabhängig davon, ob der praktizierende Anfänger oder Fortgeschrittener ist, gibt es neben den allgemeinen motivationsbezogenen Problemen zwei Haupthindernisse, die einer guten Meditation im Wege stehen. Das eine ist Ablenkung, das andere Nachlässigkeit oder, wie man es auch nennen kann, mentales Wegsacken. Wie wir diese Hindernisse, die einer guten Meditation im Wege stehen, überwinden, hängt von der individuellen Erfahrung des Praktizierenden ab. Manchmal reicht es, wenn wir uns das Ziel unserer geistigen Weiterentwicklung in Erinnerung rufen. Manchmal müssen wir das, was wir praktizieren wollen, noch ganz aufgeben und uns einer anderen Übung zuwenden. Oder wir legen eine kurze Atemübung ein oder sprechen ein paar Worte, die zur Situation passen. Das können ein ganz einfacher Satz sein, wie »Ich lasse meine Ablenkung los«, den wir langsam und bewusst ein paar Mal wiederholen. Manchmal müssen wir die Sitzung auch unterbrechen und ein paar Minuten lang im Raum auf- und abgehen. Wie sonst auch, kommt es vor allem darauf an, dass wir uns nicht entmutigen lassen. Nachlässigkeit oder mentales Wegsacken stellt sich ein, wenn unser Geist allzu entspannt ist. Es gelingt uns, uns von unseren gewohnten Gedanken zu lösen und den Geist von Ablenkungen zu befreien, aber dann sind wir, weil unser Energiestand niedrig ist, nicht wachsam genug und unser Geist sackt weg und wir sind sozusagen weggetreten. Wie wir den Zustand der Nachlässigkeit überwinden, ist von Person zu Person und von Sitzung zu Sitzung verschieden. Es kann helfen, ein Stück weit in zügigem Tempo zu laufen oder sich für ein paar Momente ein helles Licht vorzustellen. Für einen religiösen Menschen kann es hilfreich sein, kurz über die Eigenschaften einer Persönlichkeit, die in ihrer religiösen Tradition eine herausragende Rolle spielt, nachzudenken. Oder wir können uns vorstellen, dass wir bewusst ins All springen. Was wir tun, hängt wie so oft davon ab, welches Mittel für uns persönlich am besten funktioniert. Wenn sie feststellen, dass ihr Geist ein wenig zu niedergeschlagen ist, so ist das ein Zeichen, dass das Hindernis der Nachlässigkeit aufzutauchen beginnt. Um dem entgegenzuwirken, müssen sie einen Weg finden, ihren Geist zu beleben. Um dem entgegenzuwirken, dass das Richter der Nachlässigkeit aufzutauchen. Vielen Dank.